Herzlich Willkommen zum Rennen 9.10 Uhr in der BroLeague und Rennen 9.10 Uhr heißt Spa in Belgien und Monza in Italien. Wie immer starten wir rein, die Strecke bei Google Earth zu finden. Wir sind noch am letzten Standort. Der letzte Standort war Budapest. Wir gehen jetzt mal nach Belgien. Ich bin mir relativ sicher, dass ich die Strecke ziemlich schnell finden werde, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass die sich so in dieser Region befinden wird. Spa ist eine große Strecke, von daher sollte man die eigentlich auch relativ aus hoher Entfernung sehen müssen, können. Soll schon direkt sein, da ist Spa. Neben Matthias Malmedy. Ja, das war ziemlich einfach, das ist es. Nice. Uh, zweite Strecke ist Monza. Monza ist auch sehr einfach, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass Monza in Mailand ist. Jetzt hat die Frage, wo in Mailand? In der Innenstadt wahrscheinlich. Ja, vielleicht gibt es einen Stadtteil der Monza. Uh, ich wollte gerade sagen, hier ist City, wird es nicht sein, eher am Rand. Aber hier ist auch schon der Stadtteil Monza. Hier ist auch schon die Strecke. Krank. Das war tendenziell ganz gut machbar. Oh, nein. Ralf, ich bin rechts. Oh, du bist doch ein hammerkranker Junge. Boah, Junge. Oh, Gott, Alter, was kommt dir da? Oh, Ralf, ey. Keil, ey. Oh, fekend. Und schwul da Schrohrdrennen versaut. Langs rein, kann viel passieren. Runde 3 beendet. Wir sind am PID-Window. Pfff, uuuh. Aber wir müssen uns absprechen, ne? Ich bin Döds überholt. Aber wir sind mit. So. Greifen. Da ist die erste Strafe des Abels. Ja, richtig bitter. Ralf hat auch schon, ne? Au. Nah, hin. Cringe. Was ist hier? Also, der Korb war geflogen. Aber das ist noch der einzigen Medium-Starter, ja. Carlin hat da irgendwie einen Tipp bekommen. Greifen, weil er angeht, schon mal. Ja. Das kostet noch gleich einen Spoiler-Wechsel, wie viele Sekunden. Plus vier. Fünf. Ah, ich... Hallo! Was hast du? Ey, mein DAS. Ich bekomme. Ich hab nachguckt, was... Jetzt war's. Ja. Wie hab ich denn? 68. Ja, damit kann ich... Die... So... Total in vorbei. Ja, das schaffst du ja locker. Ja, dann geh ich jetzt. Ist das überhaupt? Ja. Ah, pass, man musste lupfen. Okay. Nein! Oh, Bastian! Oh, mein Gott! Oh, nee! Ich habe keinen Schaden, ich verstehe es überhaupt nicht. Okay, aber dann geht es ja noch. Was? Ja, was ist denn der Raut beim Ausbeschleunigen in der erste Kurve? Was ist hier da denn? Äh, Makulov? Ich bin von hinten angeschlossen. Dann einfach nach links, oh Gott. Oh ja. Oh, das sieht gut aus der Knappe. Links, 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 links. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Wenn wir gleich bremsen müssen, dann sage ich euch, bis es ist. Richtig gut aus da vorne. What? Halb sieht gut aus. Oh, Junge. Wir spielen Bumper Cars, I want. Vergiss es. Und jetzt. Das ist das. Boah. Oh. 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 Wieder. Geil. Oh ja, die sind kamen. Nein, hab ich nicht rausgehauen? Alter! Oh, sorry Lukas. Da! Oh nee! Nein! Ich drehe mich. Oh Mann! Damit ist Lukas auf 6! Alter! Keiner Fight, muss man schon sagen. Nur die 4 Sekundenstürfe, weil kacke ich. Ja gut, okay, die waren in den letzten beiden Kurven, ne? Hatte halt nicht viel gebracht. Ich hätte... Auch überohnt können, aber mir egal gewesen. Mal kurz anzustupsen, wenn ihr 3 wide in die Kurve einbremst. Meist noch jetzt schon. Oh Gott! Äh, Lukas? Ja. Ich weiß nicht, warum das gerade passiert ist. Ist das so unangenehm. Ja, ich hab zwar noch vom Bot geschoben. Das ist scheiße. Was passiert, Lukas? Bestarter rutscht. Fuck. Aus diversen Online-Lobbys ist es... Weiß. Ich hab grad ausgebaut. Gülern angerufen. Was muss ich jetzt machen? Durchfahrtsstrafe. Du bist hinten. Achso! Giotto! Gut. Ja! Alles klar. Ich will einfach nur aus dem D-Spenster von hinten. Wenn du ruhigst. Oh shit! Ey! Oh! Muss das nicht die Position zurückgeben? Favorit ist auch hier. Uah! Das ist knapp, Alter. Ey, Junge! Ja, fuck. Zum Glück. What happened? Du scheiß Legs, ey. Er liegt nicht am Post. Bin ich selber. Nicht am Post. Ich bin dein Weg. Ich bin dein Weg. Sorry! Fack, fack, fack! Oh, pass mal auf den 5 Sekunden, was da denn passiert. Ja, Boxen einfach. Ganz knapp. Nächste Runde gehe ich. Ja. Ah, echt bitter. Das ist 3.2 Sekunden. Wolltest du nicht in der Box? Nächste, diese. Hab ich gesagt. Ich dachte, du meintest, also die Runde, auf der wir da gerade waren. Ich hatte ja extra schon hier gefragt. Also ich war auf, als du hier gerade dazu gefragt hattest. Holy fuck. Also, knapper geht das nicht. Hä? Was machst du? Hast du mich jetzt unter Druck gesetzt oder was? Ey, ich hab 5 Sekunden gekriegt. Das kann das... Ne. Das nehmen wir am Ende wieder zurück. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Warte, warte. Oh, Jack mit Jack und Christopher. Außer die Szene mit Shaki halt. Ich hab den gar nicht mehr gegen die Gefahr. Ging nicht, Michi, sorry. Ja, ist gut. Ich bin einfach neben mir. Oh. Oh. Hey. Fuck, ich will get rid. Oh, wow. Ah nice Oh Gott Alter Nee Was war das denn? Was war das denn?